Radler auch immer ein schwieriges Thema, ganz klar. Jetzt haben wir hier mit dem Kampf gegen die Volksdroge Arbeit einen ersten, wirklich inhaltlich großen Akzent der Bierpartei gesehen. Was ist denn bis zur Wahl jetzt noch alles zu erwarten? Generell machen wir das jetzt weiter, was wir so erfolgreich begonnen haben, nämlich nichts. Wir versuchen generell gar nichts zu machen und das ist das, was bei Herr und Frau Österreicher, bei den Wählern ankommt. Und am Ende des Tages entscheidet noch immer der Wähler, wer dann schlussendlich im Parlament nichts machen wird. Ich habe das jetzt die letzten Monate durchwegs mitverfolgt, was der gemeine Politiker in Österreich so macht, nämlich auch nichts. Und das kann ich dann doch deutlich besser.